Ähm, empfinden nach. Gut, dann spielen wir mal die Geschichte von Wyatt. Wyatt, Tag 41. Oh, du Scheiße. Was? Okay, ja. Alter, wie weit gehen die noch zur Seite? Ach, da seid ihr wieder. Oh Gott. Oh Gott, das ist so dumm. Das ist ja mal richtig scheiße, wenn es so sehr wackelt. Oh, und der ganze Wagen ist weg. Tool. Wyatt? Dude, sind sie da oder nicht? Komm schon. Wyatt, sprich mit Worten an mich, Mann. Ich sehe nichts. Sind Sie sicher? Diese Leute würden nicht einfach aufgeben. Ich sehe nichts. Hier, hier. Ach du Scheiße, jetzt fährt auch noch runter. Das hat im Regelfall nie was Gutes zu bedeuten. Nee. Ja. Ich bin kein Wagen. Ich bin ein Mensch. Ich bin besprecher. Keine Lichts, keine... Nichts, keine... ... you know... ... sie können uns nicht sehen. Seychee? Ich bin kein Wagen. 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 Ähm, kommt jetzt was von hinten? Gott, wie es das so falsch geht? Ist das ein bisschen wie ich mit? Nein, Mann. Ich sage nur... Es ist... ich... 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 Warum haben sie nicht gesagt? Der Mann hat einen Scheiß da. Das ist alles, was sie haben zu sagen. Das ist Scheiß. Du meinst, dass du den Träger schreitest? Ich weiß nicht. Ich war so gebeten, ich... Ich... Dammit. Look, Wyatt... All ich weiß ist, dass die Mannschaft mich auf... ...jacked up. Like I was on speed or something. I was just on edge, you know? Then I was like watching that guy's brains come out of the back of his hand. Sind das hier Drogen-Chunkies? Ah. Well, thanks for getting us out anyway. It's about time. I will punch your eyes. See? It's fine. Road straight is my dick. You... Think we're in the clear? That's how we get out of this fog. Was that a pun? No. When did you start making puns? I said no, idiot. I know. Wo bin ich hier nur reingeraten? Really? See if there's still any sticky in the glove box. Oh, God. Drogen-Chunkies is... Wo is it so? I don't see anything. Dude, it's in there. Look harder. I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh, my God. Really? But is there any weed? You know, one time I was going out with this girl, right? Abigail. You remember her? She told me that... She was five, I think. Her dad took her to the circus side show. They walked around for a while. Saw the chick with two heads. Saw a dude with lobster hands. I think loading the gun is probably more important right this second. Thanks. Okay. Weird, but okay. Shit! Woah! Und das sind sogar Mitlichtern. Holy shit, dude. Holy shit. Did you get a look? I think that was a guy. Wyatt. Come on, man. Say something. Was that a dude or not? What the... The fucking fog. This night is so fucked, man. I... I don't know. It's too fast, man. Man, don't say that. You have to know. Dude, you have to. Let's see if there's anything around the car. You know, anything that'll like tell us one way or the other. That way we can just book. But I'm not leaving if we hit a human being, man. I'm just... Not. Okay. Yay. Man, don't roll it down broken. Man, don't roll it down broken. I can't see through the cracks. Look. It's fine. See? Dude, what's that on the broken side mirror? It's part of his shirt, I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. You think that blood on the windshield is fresh? Is that the mirror from the car? I can't tell from here. What's that way out in the road? Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark. Yeah. Damn. Man, I'm really not seeing anything. Seriously, you think some piece of that guy made it into the glove box? Man, I don't know. The shirt. Look, Wyatt, it was a guy. Are you sure? Yes. How sure? Pretty fucking sure. Don't take ecstasy with the prostitute, sure. Oh, God. So what do we do? What do you mean, what do we do? We go out there. Go out there and what? Find the guy and help him. Who the hell are you tonight? If it's a guy. It's a guy. I saw him. Come on, man. This is stupid. We go out there. We check it out. We get moving. Both of us? I mean, I don't know. Me? I hit the fucking guy. One of us should stay here, though. In case. Okay. Well? Shit. Okay. Here, we'll rock paper scissors for it. Oh, man. Na schön. Fine. Okay, cool. Good. This is good. We need to hurry up. You ready? Man, I can't believe I'm doing this shit. Dude. Two seconds. It's over. All right. Two out of three, right? Sure. One, two, three, go. What? What? What are the chances of that? Okay. One, two, three, go. I knew you'd pick rock. You always pick rock, dude. Stupid. Son of a bitch. All right. I got this. Be careful, dude. Good one. Schauen wir mal, wo der Mann liegt. Ah, da ist der kaputte Spiegel. Oh, ein Schuh! Toll! Schuh. Kannst du sagen, ob es ein Blondor ist oder nicht. Oh Gott, oh Gott. So, da ist der Spiegel. Das Ding ist checkt. Kann ich es nehmen? Nein, Mann! Okay. Du musst aufhören, Mann! Oh, ein Rucksack! Das ist mal der Scheiße! Es wäre ein tolles Backpack, wenn du mir erzählst, ob dein Erwander ist oder nicht. Okay, ich glaube, ich werde einfach mit mir selbst sprechen, weil das Sinn macht. Was ist so lange dauert? Hör auf! Aber diese Schleifspuren, die sind schon verdächtig. Ja, verdächtig. Ach du grüne Neune, ey. Ähm. Das macht Angst. Hey, Mann! Du bist okay? Äh. Mann? Du musst mir antworten, Mann! Wenn du ein Mann bist, dann will ich dich nicht zeigen! Ich glaube, das ist ein Zombie! Bitte sagst du etwas, Herr. Ich bin nicht sicher, ob du mitten, mitten oder nur ein Scheiße, Mann! Nein, nein, nicht gut! Nein, nein, nicht gut! Oh, 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 oh! Es ist ein Kuss! Kuss! Bitte, sei okay! Okay. Okay. Ah, verdammt es! Okay, lass uns deinen Scheiß in die Fahrt. Ach, da kommt einer. Gut, weiter geht's. Ja, los! Oh Mann. Och, hey! Okay. Ja, los! Ey, hoffentlich ist das jetzt am Ende auch nicht noch ein Zombie. Ey, es war jetzt eigentlich ganz schlecht, dass der so weit weg... Ja, komm weiter! Dass der sich so weit weg anhört. Hä? Hä? Okay, da ist einer. Ah, da sind zwei. Very bad. So, gut. Geh mal weiter. Ich bin Fan... äh... Ich bin Rettungsfan. Ich muss Leute retten. Was? Nicht gut. Alter! Ich glaube, das ist ganz schlecht. Äh... Fuck! Scheiße! Sie... Ich bin Snoop vontade. Können Sie, wenn Sie...